Hallo zusammen. Was dürfen MS-Kranke nicht? Wenn du Multiple Sklerose hast, hast du dich vielleicht das schon mal gefragt oder wenn du für einen Freund hier gelandet bist, dann ist die Antwort auf gar keinen Fall. Du darfst auf gar keinen Fall Zucker essen, du darfst kein Fleisch mehr essen, vor allen Dingen gar kein Feindelfleisch, du darfst keine Milchprodukte mehr, du darfst nicht mehr feiern gehen, du darfst alle ungesunden Sachen, die in unserer Gesellschaft als vielleicht nicht ganz gesundheitsförderlich gelten, auf gar keinen Fall mehr machen und ein ziemlich langweiliges, doofes Leben führen. Das ist nicht die Antwort. Und meine schnelle Antwort darauf, was du mit Multiple Sklerose nicht mehr machen solltest, ist schlicht und einfach, du darfst dein Immunsystem möglichst wenig ärgern. So, das ist jetzt eine schöne Aussage, wie ärgere ich denn mein Immunsystem? Ja, und da fängt es an, individuell zu werden und ich möchte dich einladen, nicht diesen allgemeinen Empfehlungen zu folgen, was man alles nicht mehr darf. Die haben eine Grundlage. Die sind aber auch, wenn dir plötzlich gesagt wird, meinetwegen du interessierst dich dafür, wie du deine Gesundheit verbessern kannst, jetzt unabhängig von Multiple Sklerose, kriegst du diese Empfehlung. Und dann versuchst du das umzusetzen, merkst aber, ich bin ständig im Verzicht und es macht überhaupt keinen Spaß, ist super schwer und dann scheitert man noch, weil man keinen Bock hat darauf, das wirklich sein Leben lang durchzuziehen. Und das kann sehr, sehr frustrierend sein, das nagt am Selbstbewusstsein und Selbstwert. Und das ist auch wieder etwas, was deine Multiple Sklerose herausfordern kann und wieder ärgern kann. Diese Frustration oder auch Traurigkeit und Angst unterdrückte Gefühle. Also, was, jetzt salopp gesagt, ärgert dein Immunsystem, womit forderst du persönlich, du als Individuum, dein Immunsystem heraus? Und das ist eine Reise, die du antreten darfst, um das herauszufinden. Was das alles sein kann und noch viel, viel mehr findest du einmal hier auf diesem Kanal, um so einen Rundumblick zu finden. Das sind ganz, ganz viele verschiedene Themen, die ich wahrscheinlich auch noch nicht alle hier auf diesem Kanal besprochen habe, aber schau dich hier gerne um, lass ein Abo da, damit du kein neues Video verpasst. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich will wirklich wissen, was mein Immunsystem triggert, was Autoimmunreaktionen fördert und im nächsten Umkehrschluss, dass du deine Schubfrequenz verlängern möchtest, dass du Schübe vermeiden möchtest durch eine Lebensstilanpassung, dann, welche Tools das sind. Und das ist einfach auch viel, viel mehr als die entzündungshemmende Ernährung bei Multiple Sklerose, die viele Menschen zum Glück sofort auf dem Schirm haben, dass sie an ihrer Ernährung was schrauben wollen. Aber da gehören noch ganz, ganz viele andere Lifestyle-Faktoren dazu. Das teile ich regelmäßig in meinem Newsletter und auch in der ersten E-Mail erfährst du, wie du direkt mit bestimmten Themen, mit denen du in Resonanz gehst, starten kannst. Wichtig ist, dass du Lust hast, deinen Verlauf aus eigener Kraft positiv zu beeinflussen. Toller Nebeneffekt ist, dass diese Angst und Unsicherheit sich dann auch verbessert und du viel kompetenter und sicherer mit dieser Krankheit einen Umgang findest. Das ist ja gerade am Anfang halt auch sehr, sehr verwirrend. Deswegen melde dich gerne zum Newsletter an, den findest du unten. Oder komm direkt ins Coaching. Eine Coaching-Einheit Ursachenforschung, damit du weißt, was in deinem Leben direkt deine Schubträger sind. Und das mache ich mit dir zusammen und danach hast du einen Plan, was du alles ändern kannst und wo du dich dann ganz gezielt drum kümmern kannst, um deine Gesundheit zu schützen. Findest du alles im Newsletter verlinkt. Ich freue mich auf dich und komm ins Tun, deine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Egal ob mit oder ohne Therapie. Deine Ilke